hallo und herzlich willkommen zum neuen video wenn es auch schon was später ist am abend aber wir müssen ja heute auch das adventskalender durch ihn öffnen jetzt geht es los im ersten penny adventskalender kommt ein stern zum vorschein zweite penny adventskalender jetzt was es ist eine kirche so jetzt haben wir ja hier den minions der sowohl im penny als auch im aldi zu haben war ich dann aber wenn ich geholt habe technisches problem schon geladen weg kaufland adventskalender nur was das war jetzt das schaugelpferd der häusler adventskalender ich lasse es mal so stehen das ist eine sternschnuppe so jetzt kommt tatsächlich der aldi adventskalender da wissen wir ja was eben weggefallen ist für ein stückchen schokolade es wäre so ein schlitten würde ich mal sagen aber trotzdem bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen